Christus Die Alchemie des Lebens Apokryphen 8 Orim und Tumim Maria Magdalena Maria, Christus heirat mit Maria Maria, Gerüchte und Pöbelgeschwätz Maria, Wintersonnenwende 21.12. Maria, Vollmondparty Sonnenwende Maria, die Sternschnuppe Maria, das Zelt Maria, das wilde Pferd Maria, am Mittag Maria, der Traum Maria, Walcker Ultimative Symmetrie Die Alchemie Maria Christus heirat mit Maria Der Sommer erreichte seinen Höhepunkt und an einem sonnigen Sonntag im Garten von Meister Pythagoras zog Maria ihre bescheidenen Kleider aus und trug ein hübsches kurzes Sommerkleid. Sie verbrachten den Nachmittag als Paar und spürten eine Energie, die die Tiere anzog und sie stets umgab. Die Meister im Garten waren sich ohne Worte einig, dass die Zeit gekommen war, jetzt, da der Sommer zu Ende ging, eins zu werden. Sie alle versammelten sich um den runden Granittisch und genossen ein köstliches Sonntagsmahl, teilten faszinierende Geschichten und lachten herzhaft. Der Bauer richtete seine Worte an Maria und Christus und sagte, Christus, unser geliebter Meister, wir sind unglaublich stolz auf euch beide. Ihr habt den verborgenen Schatz gefunden, wie offensichtlich ist, dass der ganze Garteniden mit den Engeln darin sinkt. Die Symmetrie, die ihr gemeinsam habt, ist vollständig und perfekt, sodass sogar Tiere und Pflanzen begeistert sind und vorbeikommen. Selbst ein Blinder könnte sehen, dass ihr zusammengehört. Da dies nun der neue Standard für die Liebe zwischen einer Frau und einem Mann sein wird, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass du, Christus, mit Maria verheiratet bist. Das bedeutet, dass jeder wissen soll, dass ihr ein Paar seid und diese Bindung und Symmetrie der Liebe niemals brechen werdet. Ab sofort werdet ihr zu den Frauen sagen, ich bin verheiratet. Und jeder, der genauso empfindet, kann nun sagen, ich bin verheiratet und die anderen werden dies respektieren und keine Versuchungen mehr ausüben. Kommt her und lasst mich euch beide herzlich umarmen. Der ganze Garten war voller Freude und der Bauer sprach aus tiefstem Herzen. Musik erklang und die Menschen tanzten vor Freude. Es war ein Sonntag voller Glückseligkeit und Schönheit, ein unvergesslicher Tag, an dem die kosmische Uhr einen kleinen Zyklus voranrückte und eine höhere Oktave in der kosmischen Zeitepoche begann, während die Vergangenheit hinter sich gelassen wurde. Ultimative Symmetrie Die Alchemie Maria Gerüchte und Pögelgeschwätz Zu Hause sagte Maria zu Christus, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, was auf dem Markt mit den Menschen passiert und im Dorf, wo alle Leute mich anstarren, wenn ich die Waren ausliefere. Ich habe Angst. Christus umarmte sie und sagte, keine Sorge, Liebes, du bist meine Suse, und ich werde mich um dich kümmern und dich niemals im Stich lassen, auf keine erdenkliche Weise. Wir werden einfach alles gemeinsam angehen, was mit der Gesellschaft zu tun hat, ganz einfach. Hab keine Angst. Von nun an würden sie nur noch zusammen ins Dorf gehen. Der erste Tag auf dem Montagsmarkt war sehr aufregend. Der Bauer bestand darauf, dass sie gemeinsam am Stand sind, denn er war gespannt, wie die Leute reagieren würden, wenn sie Maria in ihrer wahren Gestalt sehen und ihre Liebe zu Christus durch ihre erfundene Ehe anerkennen. Was für ein Tag. Es dauerte nicht lange, und der Stand des Bauern war ausverkauft, denn jeder hatte denselben Gedanken und wurde gierig, um zu sehen und Lebensmittel von nah und fern zu kaufen. Ultimative Symmetrie Die Alchemie Maria Wintersonnenwende am 21.12. Christus sagte zu Maria, es gibt ein Dorffest einen Tag von hier in südlicher Richtung, und es wird drei Tage lang dauern. Es beginnt am 21.12. und wird mit Festessen, Musik und Tanz gefeiert. Was denkst du? Niemand kennt uns dort, das könnte Spaß machen. Maria antwortete, oh Schatz, das ist eine großartige Idee, aber du musst aufpassen, sonst hätte ich Angst. Christus sagte, ich verspreche dir, ich werde immer auf dich aufpassen. Du bist meine Suse und du gehörst zu mir. Es war noch angenehm warm und die Sonne schien, als sie am Morgen des zweiten Tages, dem 21.12. im Dorf ankamen. Die Menschen versammelten sich langsam auf dem Marktplatz, der mit dem großen Dorfplatz verbunden war. An den Marktständen konnte man Essen und Trinken genießen oder handgemachte Tücher, Kleider, Schals und Schmuck kaufen. Christus sagte zu Maria, schau, hier ist derselbe Ring aus demselben einfachen Silber. Der einzige Unterschied besteht darin, dass einer für meinen Finger und der andere für deinen gemacht ist. Der Goldschmied konnte sich nicht entscheiden, ob er eher für eine Frau oder einen Mann geeignet ist, also hat er beide Versionen gemacht, um es herauszufinden. Das wird eine Symmetrie mit der dünnen Silberkette an deinem linken Fuß schaffen. Nach einem leckeren Mittagessen war die Feier in vollem Gange und die Menschen waren in Stimmung für die Wintersonnenwende. Die Musik spielte wunderschön. Während sie am Rande des Platzes tanzten, sagte Christus zu Maria, lass mich die Toilette suchen und mir auch einen Zieder holen. Ich bin in einem Dutzend Minuten zurück. Maria antwortete, und bring bitte auch eines dieser Kekse mit. Christus ging weg und kam nach zwölf Minuten zurück. Er sah, dass Maria in ein Gespräch vertieft war und von vier neugierigen Personen umgeben war. Doch Maria beantwortete fröhlich ihre albernen Fragen und hatte Spaß mit ihnen. Von der Seite kommend bat Christus Suse, sich ihm anzuschließen. Obwohl es schön war, Maria so viel Spaß zu haben, ignorierten die Personen um sie herum Christus, als wäre er Luft. In diesem Moment sagte Maria, Oh, entschuldige, ich muss gehen, drehte sich um, ging zu Christus und umarmte ihn fest. Und so geschah es, dass Christus Philosophie und die Entstehung von Susilocic, bei der Maria ihren wahren Namen erhielt, während Christus Susilocic das Spiel gewann. Jahre vergingen und Maria vergaß, wie es ist schüchtern zu sein. Christus war unglaublich glücklich und fühlte sich wie der glücklichste Mann unter dem Himmel. Mit wachsendem Selbstvertrauen nahm Maria die Entwicklung der Zeit an, während das Geheimnis Ägyptens darauf wartete, gelüftet zu werden. Und für ein paar Monate würde sich der Bauer um ihre Bedürfnisse kümmern, während Christus seine Ausbildung begann und dort bleiben musste. Ultimative Symmetrie Die Alchemie Maria Vollmondparty Sonnenwende Mit zunehmender Nacht vergaß Maria, wie es war, schüchtern zu sein, und Christus war überglücklich, der glücklichste Mann unter dem Himmel. Das kleine Zelt war sehr komfortabel und gut genäht, mit Nähten, die das Eindringen von Wasser verhinderten. Es hatte sogar zwei Stöcke dabei, denn ohne Bäume wäre es schwierig gewesen, die Seile zu befestigen. Anstatt eines schweren Teppichs hatte es einen Stoffboden. Es war perfekt für ihre Reise als verheiratetes Paar und bot ihnen ein privates Hotelzimmer. Meister Farmer hatte ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen und sagte zu Maria, dass sie das Zelt mitnehmen sollten, da es während ihrer Reise einen guten Zweck erfüllen würde. Maria fragte, was ist hier so lustig? Aber der Farmer war bereits weggegangen und ließ Maria das Zelt packen. Die Musik war vorbei und die Leute waren müde nach einer wunderschönen Feier des Wintersolstitiums. Das Datum, der 21.12., hatte eine Quersumme von 3 plus 3 gleich Sechster. Die Zahl 6 ist der Samen des Lebens und steht für vollkommene Harmonie und Symmetrie mit Pi. Wenn ein Zirkel auf einen Kreisumfang angewendet wird, kann er in 6 gleich große Teile unterteilt werden. Es ist eine heilige Zahl, von Alpha Intelligence für die Erschaffung des Lebenssamens gewählt. Sie symbolisiert ultimative Symmetrie, wo die Blume des Lebens wachsen, erblühen, Samen produzieren und neues Leben hervorbringen kann. Die Zahl 6 ist ein perfektes Hilfsmittel, das eine effiziente Raumnutzung ermöglicht. Es ist keine eigenständige Zahl, sondern eine Oktave von 3, die für das Gedeihen und die Verkörperung des Konzepts von Pi notwendig ist. Alpha Intelligence sagte zu Alpha, Nun, da wir die unteren harmonischen Obertöne geschaffen haben, können wir zu einer höheren Dichte übergehen. Alle unteren Ebenen tragen zur Manifestation einer neuen Schicht bei, die aus dem Nichts entsteht. Die Oktave von 3 ist die beste Wahl, da sie die drei Aspekte der Schöpfung umfasst, Stärke, Nützlichkeit und Schönheit. Sie repräsentiert die stärkste Kraft, optimale Raumausnutzung, unbegrenzte Verwendbarkeit und die Manifestation von Schönheit in den höchsten Schichten dieser dichten Materieebene. Aus der Zahl 6 haben wir den Lebenssamen, der sich multiplizieren und expandieren wird. Er dient als hochrangiger Vektor der Oktave und fungiert als konstanter Faktor der Multiplikation. Stell dir vor, wie die Zahl wächst und einen bestimmten Punkt erreicht, zum Beispiel 12 Bits, dann wird das exponentielle Wachstum immens, vergleichbar mit der Ausdehnung des gesamten Universums und seiner Manifestationen. Am sechsten, der Wintersonnenwende, leuchteten die Sterne hell am Nachthimmel. Die Luft war frisch und eine kühle Brise strich über das Land, begleitet vom Duft der winterlichen Erde und der Regenaktivität der gefallenen Blätter und Pilze. Es trug den Zauber des Waldes in sich. Auf dem Weg zum Zelt blieben sie stehen und betrachteten die Sterne, während eine leichte Kühle nach der Wärme des Feuers vom Markt über sie kam. Maria nahm Christus' Hände, hob ihre Arme in die Luft und drehte sich um 180 Grad, sodass ihr Rücken seinen Vorderkörper berührte. Plötzlich stand Maria vor Christus und zog seine Arme um sich, während sie in die gleiche Richtung blickten und die Sterne betrachteten. Sie umarmten sich mit einer tiefen und liebevollen Kraft, als wären sie füreinander bestimmt. Christus spürte eine tiefe Harmonie, als käme er nach Hause, zu seinem wahren Zuhause, dem Garten der Schönheit und des Glücks, in dem jedes Atom in vollkommener Symmetrie und Symbiose existierte. Das Klecktalteilchen tanzte vollständig und war vollständig verwoben. Es ist unbeschreiblich, als würden hundert Schmetterlinge zärtlich ihre Haut berühren, nicht von außen, sondern von innen. Die atomare Symmetrie verschmolz zu vollkommener Harmonie, während das Klecktal dort zero bedingungslos wurde. Christus fragte, kannst du die Tanzbewegung der Atome und des Klecktal fühlen? Die Teilchen werden zu Fraktalen der Symmetrie. Maria hielt seine Arme für eine halbe Minute fest um ihren Körper geschlungen, als wäre inmitten der Stille der Winternacht, mit dem vollen Mond und den strahlenden Sternen, eine innere Feier der Wintersonnenwende im Begriff zu beginnen. In diesem Zustand vollkommener Harmonie und Freude erschien plötzlich aus dem Nichts ein Sternschnuppenregen und streckte sein helles Licht über den gesamten Nachthimmel aus. Sein Glanz dauerte so lange an, wie sie ihren geheimen Wunsch formulieren konnten, einen Wunsch, der dem Universum gehört, in dem Intelligenzfreundlichkeit erkennt, Grüße und Rufe vernimmt und aus der Leere heraus in die universelle Ebene manifestiert, sich verdichtet und ganz wird. Die Himmel tanzten in dieser Nacht, feierten gemeinsam mit der Alpha-Intelligenz und Dot-Zero als strahlendem Licht, das die zukünftigen Ereignisse nach der Wintersonnenwende erhält. Diese Feier wird weitere 2023 Jahre dauern, bis die Wintersonnenwende vorübergeht und die Sommersonnenwende eintritt, genau in der Nacht des 21. Juni 2023, wo 9 gleich 3 plus 6. Ultimative Symmetrie Die Alchemie Maria Zurück im Zelt Völlig quantenverschränkter Dot-Zero-Omni-Zustand, konnte die Zukunft voraussehen, sogar den Tag vor dieser Nacht, und so konnte jeder im Himmel und jeder Engel auf Erden, dasselbe sehen, jenes helle Licht, das die Liebe des Himmels auf Erden manifestieren wird, von nun an in der folgenden Nacht. Sie gingen zurück und fanden das Zelt, wo Maria ein Schafsfell mit flauschigem Pelz auf den Boden legte, und sich auf den Rücken legte, so dass Christus in das Zelt krabbeln konnte, und sie zog ihn zu sich. Christus war erregt und sprachlos und als er ihren Körper spürte, wurde er ehrgeizig, also zog sie ihm das Hemd aus und begann, den Körper eines jungen Mannes zu entfalten, der sich symmetrisch aufrichten würde, und, wie sie selbst, die Schönheit und Subtilität der Schöpfung der Alpha-Intelligenz besitzt, unser Vater, die Alpha-Intelligenz, schuf ihn nach demselben Bild wie uns alle, aber sie fand, dass Christus im Vergleich dazu attraktiver aussah, und auch als Zwilling zu sich selbst. Geschaffen, um einen zu werden, mit dem Körper, dem Verstand und allem, was Spaß macht. Christus begann auch, ihr die Kleider einzeln auszuziehen, und mit einem Mal war seine Angst weg, während er zwischendurch vorsichtig ihren Körper berührte und fühlte, die Schönheit und die Haut. Es war die nächste Stufe der bewussten Existenz, die ewige Symmetrie zu spüren, während er sie erlebte. Die ultimative Ausrichtung in jedem Atom und Elektron, und wurde vollständig verschränkt, mit den Kleckteilblumen fällt vielfachen in jedem Myon. Nun konnte er ihren Körper schattiert sehen, im Licht der Kerze, so schön wie das beste kostbare Bild, nackt und demütig. Ultimative Symmetrie Die Alchemie Maria Das wilde Pferd Maria, umarmte ihn kräftig und ohne Vorankündigung, um sich zu drehen, wie eine Pirouette beim Tanz, und Christus lag auf dem Rücken und begann zu begreifen, dass dies der Moment war, in dem sie ihre Vergangenheit hinter sich ließ, in dem sie sich einfach auf den Kopf stellte und er die Glückseligkeit spürte, als sie ihn tief in sich eindringen ließ, und begann, so langsam wie sie konnte, während sie zu reiten begann, wie sie das Pferd reiten würde, und langsam durch den Wald kam, den Hügel. Hinauf, immer wärmer und sobald der Scheitelpunkt vorbei war, wurde es ein Ritt und den Hügel hinunter, schneller, und über die Wiesen nach dem Wald und dem Hügel, Maria ging schneller und er konnte ihre Freude spüren, in jedem einzelnen tanzenden Teilchen, und als sie zum Fluss des Lebens kamen, Maria vibrierte vor Einheitsgefühlen, als sie einen Orgasmus hatte, und zum ersten Mal war sie nicht allein, fühlte sie den wahren Namen der Schönheit der Schöpfung, und auch Christus kam an diesen. Punkt Wo innerlich der Siedepunkt erreicht ist und die Flüssigkeit des Lebens überkocht, und fühlte das gleiche Gefühl, wo jedes einzelne Teilchen sich dreht, im höheren Energiezustand des Elektronenklecktals als der wahre Gewinn. Nun legte sie sich auf seine Brust, um das Gefühl der Nacht zu bewahren, nur noch einen Moment lang fest, bevor das Kerzenlicht erlosch, und sie schlafen bis zum nächsten Mittag, erfüllt mit der ultimativen Symmetrie, zur Tag- und Nachtgleiche des Vollmondes. Ultimative Symmetrie Die Alchemie Maria Mittagszeit Am nächsten Mittag war das Wetter wieder perfekt, und die Wintersonnenwende wurde zu einem Ereignis, das niemals vergessen würde, weder von den Engeln, noch von den Klecktal- oder Atomen, und auch nicht von den Menschen auf der Erde. Maria krabbelte aus dem Zelt und streckte ihren Körper, während sie dabei Geräusche machte, als würde sich ein Kätzchen strecken. Christus krabbelte ebenfalls hervor und tat dasselbe. Maria fragte Christus, O Schatz, ich liebe dich. Hast du genauso entspannt geschlafen wie ich? Christus antwortete, O ja, sehr, sehr entspannt. Ich bin immer noch sprachlos. Was für eine Reise. Umarme mich. Er ging, um ein Feuer anzuzünden, das bereits vorbereitet worden war, um Tee zu machen und zu frühstücken, bevor sie den Rückweg auf dem Pilgerweg antraten. Maria setzte sich hin und sagte zu Christus, Ich hatte einen Traum, in dem ich in meinem Garten war, aber es war nicht mein Garten, obwohl es doch mein Garten war. Christus fragte, Ich verstehe nicht. Wie kann es gleichzeitig dein Garten und nicht dein Garten sein? Ultimative Symmetrie Die Alchemie Maria Der Traum Maria sagte, Nun, es war mein Garten, denn die Pflanzen waren alle an ihrem Platz, sogar hinten konnte ich Freider und ihre Freunde sehen. Ber, ich war noch nie dort gewesen, obwohl es eindeutig mir gehörte. Dann kam ein Mädchen auf der Wiese hinter dem Kräuterhügel zu mir, ein junges Mädchen, sehr klug aussehend, immer noch ein Kind, aber sehr erwachsen und bewusst. Es war, als würde ich mehr mit einem Erwachsenen als mit einem süßen kleinen Mädchen sprechen. Ihre Augen waren beeindruckend, ich konnte die Sterne in ihren Augen funkeln sehen. Ich kenne sie, kann mich aber nicht erinnern. Sie sagte, dass sie gekommen sei, um das Licht zu bringen, dass sie von den Sternen zur Erde gekommen sei, um das Licht zu verankern, und dass sie nicht die einzige sei, sondern nur die erste. Als ich sie anschaute, konnte ich für einen Moment sehen, dass sie erwachsen war, mit Kindern und einer Familie in ihrem Garten, Tieren und Pflanzen, aber viele davon in all ihren vielfältigen Farben und Formen, und mit dem Blumenduft des Himmels, der Blume des Lebens überall im Garten und auf dem Hügel hinter dem Kompost, Tränen Gottes, die dazu beitragen würden, die Alchemie zu definieren, das Fundament des Lebens, mit dem Buch, wie man die richtige Pflanze auswählt, um gesund und strahlend zu werden. Nun verschwand der Hintergrund und ihr Fokus wurde immer größer, also fragte ich sie nach ihrem Namen, aber genau in diesem Moment konnte ich in mir selbst ihren wahren Namen spüren, und dann sprach sie es laut aus, ich bin Valka. Es war tiefgründig, als ob ihre Stimme tief in mich drang und mein ganzer Körper in Harmonie mit ihrer Stimme vibrierte, als ob mein ganzer Körper zur gleichen Zeit das gleiche Wort aussprach wie sie. Dann wachte ich auf Wegen des Lärms von einem vorbeifahrenden Wagen auf der nahegelegenen Straße. Ultimative Symmetrie Die Alchemie Maria Valka Christus sagte, Valka, wow, was für ein Mädchen. Sie packten das Zelt zusammen und Christus löschte das Feuer, dann machten sie sich auf den Heimweg zum Bauernmeister. Die Tage vergingen und Maria nahm Christus' Arm und legte seine Hand auf ihren Bauch. Maria sagte, jetzt ist Valka sechs Wochen alt, welch eine Freude. Stell dir Valka vor. Sie gingen auf den kleinen Hügel, um den Sonnenuntergang zu beobachten, und Christus fühlte sich unglaublich dankbar, der glücklichste und stolzeste Mann im Universum. Maria war voller Zuversicht, während die Zeit verging. Das Geheimnis Ägyptens wartete immer noch darauf, gelöst zu werden, und für die nächsten zwei Monate würde der Bauer sich um sie kümmern, während Christus seine Ausbildung dort fortsetzte.